Moin, mein Name ist Phil und auch heute möchte ich dir ein kurzes Update zur aktuellen Bitcoin-Situation geben. Und selbstverständlich gucken wir uns einen unfassbar spannenden Bericht von BlackRock an. Hier wurden nämlich super spannende und klar bullische Perspektiven aufgezeigt, die du sicherlich in der Form noch nicht mitbekommen hast. Deswegen lass gerne noch schnell einen Daumen nach oben da und damit starten wir natürlich direkt erstmal rein. Erst einmal ist, glaube ich, gut sichtbar, dass wir uns beim Bitcoin gut und solide bei über 63.000 US-Dollar, jedenfalls zum Zeitpunkt der Aufnahme des Videos hier, halten können. Und ich hoffe mal, dass wir diesen wunderbaren und aktuellen Stand erst einmal beibehalten können, denn du wirst schon im Laufe des Videos sehen, dass das Potenzial für einen weiteren Anstieg durchaus gegeben ist. Trotzdem sollten wir uns mal ganz kurz die Situation der verschiedenen Märkte angucken, denn gerade durch die Zinssenkung hat sich das Blatt ja zum Teil eben schon gewendet. Und wir sehen hier gerade schon, dass vor allem in den USA die meisten Indizes wirklich positiv laufen. Es scheint also wirklich so zu sein, als würde ein Großteil der Investoren das Kapital eben zum Beispiel wieder in die Aktienmärkte bringen und anfangen, aktiv zu investieren. Anders sieht es dagegen in Europa aus. Da sehen die Daten nicht unbedingt positiv aus, aber auch das kann sich natürlich mit weiteren Zinssenkungen auch bei der EZB kontinuierlich verbessern. Aber auch da müssen wir natürlich etwas Geduld behalten lassen. Natürlich sollten wir dann aber erstmal wieder zu dem Thema Bitcoin und zu den Bitcoin-Spot-ETF-Daten zurückkommen, um einmal zu klären, wo wir hier heute eigentlich stehen. In den letzten Tagen gab es durchweg positive Daten. Klar, am 18. September sah es jetzt vielleicht nicht allzu gut aus mit 52 Millionen US-Dollar Outflows, die wir hier zu verzeichnen hatten. Aber es ist wieder gut sichtbar gewesen, dass eben in den Tagen zuvor und auch gestern zum Beispiel wieder einige Millionen US-Dollar in die verschiedenen Produkte investiert worden sind. Die Investoren, die Institutionen sind also immer noch interessiert daran, Bitcoin-Bestände aufzubauen über diese ETFs und tun das eben auch. Und bevor wir uns jetzt diesen super spannenden BlackRock-Bericht angucken, möchte ich dir noch einen kurzen Tipp mit auf den Weg geben. Und zwar kannst du nämlich den nächsten Schritt gehen, und zwar über BitWavo Powered by Hive, über den ersten Link in der Videobeschreibung. Hier bekommst du nämlich als neuer Kunde oder als Person, die quasi schon ein Konto hat und das Konto noch nicht migriert hat, automatisch 20 Euro geschenkt. Das ist also wirklich eine wunderbare und optimale Möglichkeit, also nun entweder mit dem Handel loszulegen, also die ersten Bitcoin-Bestände oder Altcoins aufzubauen oder das eigene Portfolio weiter zu erweitern. Und das Schöne daran ist, dass auf die ersten 10.000 Euro Handelsvolumen keine Gebühren zu zahlen sind. Das ist also ein doppelter guter Grund, hier loszulegen. Und das Schöne ist, es gibt mittlerweile eben auch eine deutsche IBAN. Das bedeutet, dass eben auch Echtzeitüberweisungen innerhalb von Sekunden möglich sind, Fiat von eben deinem privaten Konto zu BitWavo zu schieben. Und damit kannst du also auch in einigen spannenden Phasen des Marktes sofort zuschlagen. Und das ist genau das, was man eben braucht. Von daher nutze jetzt die Chance und eröffne dein Konto über den ersten Link in der Videobeschreibung. Und klar, es geht natürlich, wie schon angepriesen, vor allem um den Bericht, der veröffentlicht worden ist. Und den gucken wir uns einmal gemeinsam an. Das ist nämlich ein Bericht, der am 17. September von BlackRock veröffentlicht worden ist. Und der Titel, der sagt es quasi schon. Bitcoin Unique Diversifier. Also es ist ganz klar, dass es hier um Bitcoin geht und eben auch um die Frage, warum Bitcoin der nächste Schritt sein wird. Und dabei geht es quasi darum, die einzigartigen Eigenschaften von Bitcoin und dessen Potenzial als Diversifikationsinstrument für Investoren zu untersuchen und herauszuarbeiten. Es gibt hier einige super spannende Autoren, die natürlich in dem Moment klar sich mit dem Thema A beschäftigen und auf der anderen Seite eben auch genau wissen, was sie da tun. Wir haben hier zum Beispiel einen CIO von BlackRock in Bezug auf ETFs und Index Investments. Wir haben hier den Head of Digital Assets und eben auch den Head of Global Macro Positioning for Fixed Income. Also wirklich super heftige Personen, die also eine starke Reputation haben, sich mit super spannenden Themen und vor allem Daten auch kontinuierlich beschäftigen und sicherlich eben auch andere Einblicke haben als wir. Und deswegen sollten wir uns einmal mit den wichtigsten Key Points hier quasi auch beschäftigen. Denn in dem Bericht wird betont, dass Bitcoin aufgrund seiner Knappheit, Dezentralität und Unabhängigkeit von staatlichen Institutionen eine globale Alternative zu traditionellen Währungen darstellt. Und man muss sich jetzt dabei wieder vor Augen führen, wir sprechen hier nicht von irgendeinem Bitcoin-Maximalisten, der gerade von Bitcoin gehört hat und eben nach außen transportiert, dass das hier der richtige Weg sei. Sondern wir sprechen von dem größten Vermögensverwalter der Welt, der sich mit diesem Thema kontinuierlich und intensiv beschäftigt und eben auch aufgrund von verschiedenen Analysen nun solche Aussagen tätigt. Und das hat natürlich doppelt und dreifach Gewicht, denn das lesen natürlich auch richtig große Unternehmen, große Privatinvestoren, die eben noch mehr Liquidität im besten Fall eben in den Markt bringen. Und im Vergleich zu anderen Kryptowährungen und Assets hebt sich Bitcoin vor allem durch seine besondere Stellung als das herausragende digitale Asset ab. Während andere Kryptowährungen mit verschiedenen Anwendungsfällen experimentieren, bleibt Bitcoin die dominante monetäre Alternative, die durch ihre Glaubwürdigkeit und Knappheit besticht. Und das sind erst einmal deren Aussagen. Und dann geht es natürlich weiter. Das sind hier nochmal diese relevanten Punkte, die wir quasi gerade schon angerissen haben mit der Knappheit und so weiter. Und dann geht es natürlich auch um die Perspektive des Anstieges. Ein weiterer wesentlicher Punkt des Berichts ist quasi die außergewöhnliche Performance von Bitcoin, die absolut gegeben ist. Wir wissen es alle, in den vergangenen 14 Jahren hat sich der Wert oder Preis von Bitcoin mehr als verachthunderttausendfacht, was eben in dem Fall Bitcoin zu der Rendite stärksten Anlageklasse überhaupt macht. Und trotz dieser beeindruckenden Entwicklung weist Bitcoin auf lange Sicht eine geringe Korrelation mit traditionellen Märkten wie dem S&P 500 ähnlich wie Gold eben auf. Und diese Eigenschaft macht es gerade für Investoren besonders attraktiv, da es sich in Krisenzeiten als wertstabil erweist und sich von Rückgängen schneller erholt als andere Assets. Und wie gesagt, das sind die Aussagen von BlackRock aus diesem Bericht zusammengefasst. Also es ist unglaublich, wenn man mal überlegt, welche Perspektive BlackRock hier gerade einnimmt und was sie hier eigentlich kommunizieren. Die Korrelation ist hier auch nochmal mit aufgeschlüsselt. Darüber haben wir gerade auch gesprochen. Besonders interessant bei dieser Analyse ist Bitcoin im Kontext geopolitischer Unsicherheiten und das ist quasi auch das, was wir hier sehen. Der Bericht zeigt nämlich, dass Bitcoin in der Vergangenheit häufig nach Krisensituationen wie zum Beispiel der Pandemie oder Bankenkrisen zunächst gefallen, aber mittelfristig gestiegen ist. Und die Autoren vermuten dabei, dass sich das Narrativ zunehmend etabliert, dass Bitcoin von solchen Ereignissen profitieren kann, da es als sicherer Hafen wahrgenommen wird. Auch hier wieder Aussagen von den wichtigsten Köpfen von BlackRock. Bitcoin ist der sichere Hafen. Das ist unfassbar. Und natürlich gibt es auch Kritik, denn trotzdem bleibt aus der Perspektive von BlackRock Bitcoin als risikobehaftetes Asset bestehen. Das sollte man natürlich auch dabei nicht vergessen. Es ist jetzt nicht so, dass hier alles komplett eben quasi in den Himmel gelobt worden ist, sondern auch die realistische Perspektive wird eben auch genannt. Und ich meine die Punkte Volatilität und so weiter, wobei man die auch widerlegen kann, sind natürlich auch in den Köpfen weiterhin verankert. Und auch sie müssen natürlich solche Dinge dann kommunizieren. Das heißt also, in ihrem Bericht sprechen sie von einer stärkeren Volatilität und es gibt eben auch regulatorische Unsicherheiten, dass eben eine größere Allokation von Bitcoin in einem Portfolio quasi automatisch dazu führt, dass auch das Gesamtrisiko ein bisschen erhöht wird. Trotzdem bleibt eben Bitcoin und das ist so das Abschließende als einzigartige Diversifikationsmöglichkeit bestehen. Und aus ihrer Perspektive macht es also total viel Sinn als Anleger oder als Investor, Bitcoin als Absicherung gegen makroökonomische und geopolitische Risiken eben zu sehen. Und gerade in Bezug auf steigende Staatsverschuldungen und so weiter und den Vertrauensverlust in Fiat-Währungen, hier Bitcoin als Alternative zu betrachten. Und wie gesagt, das sind alles Aussagen von BlackRock und das ist einfach verrückt und positiv zu sehen, wie sich das Bild eben auch in den letzten Jahren kontinuierlich gewandelt hat. Und auch das besticht natürlich darin und vor allem verbindet das natürlich auch damit die Hoffnung, dass wir in Zukunft natürlich auch durch diese Sichtbarkeit, durch dieses Lobgepreise und so weiter eben noch weitere Investoren bekommen, die sich mit dem Thema intensiv beschäftigen und eben anfangen, die nächsten Positionen aufzubauen. Und ich glaube, da steht uns noch richtig viel bevor. Vor allem, und das ist natürlich eine super unterstützende Thematik, ist es eben so, dass in den USA gerade die Anzahl der Insolvenzanmeldungen, vor allem in der vergangenen Woche, wieder massivst gestiegen ist. Das ist die zweithöchste Zahl im Jahr 2024. Wir haben lediglich in der ersten Aprilwoche also deutlich mehr Chapter 11 Insolvenzen gesehen. Das ist übrigens auch der höchste Stand der letzten 15 Jahre. Im zweiten Quartal 2024 gab es über 2462 laufende Chapter 11 Fälle. Das ist der höchste Wert seit 13 Jahren. Und das bedeutet, dass wir hier also immer mehr Insolvenzen sehen aufgrund von den erhöhten Zinsen, den steigenden Preisen, den rückläufigen Konsumausgaben. Und deswegen ist es eben auch für Unternehmer so wichtig, dass eben diese Zinssenkungen umgesetzt werden, um sich wirtschaftlich eben kontinuierlich zu stabilisieren. Und das ist natürlich auch einer der Gründe, warum Bitcoin als Alternative so gut funktioniert. Weil man sich natürlich auch als Unternehmen nun also unabhängig von Fiat eben auch schützen kann. Und das tun verschiedene Unternehmen und mittlerweile eben auch einige Länder. Darüber haben wir in den letzten Wochen immer wieder gesprochen. Und trotzdem steht die Frage weiter in dem Raum, wann sehen wir dann den Bullrun? Und dann kommen natürlich auch solche Thesen immer mal wieder hier in Umlauf. Hier geht es darum, dass wir zum Beispiel 2020 und 2021, also nach dem Halving quasi, nach 161 Tagen dann den Bullrun erlebt haben. Und die These liegt nun nahe, dass wir dann also in sechs bis sieben Tagen theoretisch das Potenzial hätten, ja auch einen Bullrun einzuleiten. Aber da kommen natürlich viele Faktoren dazu. Und ich persönlich lege mich lieber auf Q4 und Q1, also Q4 2024 und Q1 2025 fest, als jetzt eben auf diese sechs, sieben Tage zu spekulieren. Das ist meiner Meinung nach nicht der sinnvollste Weg. Was wir aber parallel dazu sehen ist, dass es immer mehr Marktteilnehmer gibt, die eben vor allem als Long-Term-Investoren eben Kapital halten in Form von Bitcoin. Und das bedeutet, dass über eine Million Bitcoin bei einem Preisniveau von knapp 43.000 Erstdollar gekauft worden sind. Und das ist natürlich genau das, was wir brauchen, denn diese Investoren bleiben langfristig erhalten und versuchen eben auch kontinuierlich bessere Preise zu erzielen. In dem Moment, wo wir natürlich Richtung All-Time-High und darüber hinaus gehen, sind das natürlich auch potenzielle Investoren, die uns dann Abverkäufe eben bescheren können. Aber bis dahin sind das erstmal sehr stabile Zahlen und damit nimmt eben auch der Verkaufsdruck kontinuierlich ab, was eben so positiv ist. Und wir sollten uns noch die Coinbase-Premium-Daten angucken, denn dieser Wert ist in den letzten 36 Tagen nach einer längeren Phase nun wieder positiv. Und das ist ein super positives Signal für Bitcoin, da das bedeutet, dass wir in dem Fall also verstärkte Verkäufe oder Käufe quasi in Form von Bitcoin natürlich wahrnehmen. Insbesondere Institutionen und größere Investoren, die eben Coinbase nutzen, zeigen also verstärktes Interesse an Bitcoin. Und das bedeutet eben auch, dass wir hier einen Stimmungsumschwung gesehen haben und der wird eben auch zwangsläufig dazu, ja, letztendlich signalisieren, dass wir erhöhte Kursgewinne sehen werden in der nächsten Zeit. Also auch das ist durchaus positiv. Es gibt also wieder so viele positive Daten, die wir gerade besprechen konnten und die mich wieder in meiner These bestätigen, dass eben die langfristige Perspektive die einzig richtige Perspektive ist. Aber du kannst gerne an der Stelle noch deine Meinung unten in den Kommentaren da lassen, das würde mich auf jeden Fall interessieren. Ansonsten hoffe ich natürlich aber auch, dass dir dieses kurze und informative Video gefallen hat. Morgen geht es weiter mit dem nächsten spannenden Video. Ich freue mich auf dich, hab noch einen wunderbaren Tag und dann sehen und hören wir uns morgen wieder. Ich freue mich auf dich, hab noch einen wunderbaren Tag und dann sehen und dann sehen wir uns morgen wieder. Ich freue mich auf dich, hab noch einen wunderbaren Tag und dann sehen und dann sehen wir uns morgen wieder.